Ja, schauen wir uns die nächsten Themen an. Tabellenfunktionen, verbinden, teilen, zeichnen, Summe, Sortierung. Allerdings zeichnen, das ist hier nicht möglich. Wir beschränken uns auf verbinden, teilen, Summe sortieren. So, dann brauchen wir erstmal eine Tabelle. Fügen wir hier mal ein und ja, verbinden und teilen. Das, was wir verbinden wollen, müssen wir halt markieren. Und dann haben wir hier die Schaltfläche Zellen verbinden, falls diese Tabellensymbolleiste nicht sichtbar ist. Hier unter Ansicht, Symbolleisten und dann Tabelle. Da kann man die entsprechend ein- und ausblenden, falls sie nicht verfügbar ist. Aber wenn man in dieser Tabelle arbeitet, dann müsste die eigentlich automatisch erscheinen. Ja, dann klicke ich hier auf die Schaltfläche Zellen verbinden. Und ich habe jetzt praktisch aus vier Zellen eine gemacht. Ich kann aber hier aus einer Zelle, kann ich auch zwei machen. Hier habe ich Zellen teilen. Hier werde ich dann vorher gefragt, wie ich teilen soll. Horizontal oder vertikal. Ich mache mal den Unterschied, mache mal horizontal. Mache mal so. Dann habe ich die Querlinie hier. In der nächsten Zelle, wenn ich die hier teile und sage vertikal, dann sieht das Ganze halt eben so aus. Und ich kann natürlich auch noch hergehen und sagen, wie viele Teilungen möchte ich denn haben. Ich mache das mal vertikal. Und dann schaut das Ganze hier so aus. Also vier Teilungen in dieser einen Zelle. Wenn ich eine ganze Tabelle teilen möchte, das heißt hier anders. Hier heißt es Tabelle auftrennen. Dann trennt sich praktisch jetzt dieser Bereich vom oberen Bereich. Ich muss hier meinen Cursor setzen. Also Tabelle, Tabelle auftrennen. Hier werde ich noch gefragt, ob die Tabelle Überschriften enthält. Das sage ich jetzt mal keine. Und dann habe ich hier eben Tabelle 1, Tabelle 2. Und hier in der Mitte, da ist jetzt normaler Freiraum. Rückgängig machen kann ich das, indem ich hier praktisch den Zwischenraum lösche, mit der Entfernen- oder Rücktaste. Und dann verbindet sich diese Tabelle wieder automatisch. Bei dem nächsten Beispiel Summe und Sortieren. Ich habe hier jetzt eine Tabelle angelegt. 1, 2, 3 mit Namen. Ich formatiere jetzt mal diese Spalte als Betragsspalte. Also ich mache hier praktisch ein Währungsformat draus. Jetzt habe ich 1, 2, 3 Euro Schuldenliste angelegt. Und jetzt möchte ich wissen, wie viel ich insgesamt noch an Geld bekomme. Insgesamt von den drei Leuten. Und hier kann ich dann sagen, ich möchte hier eine Summe bilden. Wir kennen das Symbol aus Excel. Wenn ich hier drauf klicke, dann wird jetzt hier vorgeschlagen, die Summe aus B1, B2 und B3. Man muss sich vorstellen, wenn man sich hier in der Tabelle befindet, ist es nicht so wie in Excel, dass hier dann die Spaltenkennung und Zeilenkennung eingeblendet ist. Aber es funktioniert genauso. Das heißt, wir haben hier die Spalte A, B. und das ist dann hier die Zelle B1, B2, B3 und das ist hier auch entsprechend vorgeschlagen. Wenn das hier stimmt, dann geht man hier auf Übernehmen und hier habe ich dann entsprechend das Ergebnis. So, jetzt formatiere ich nochmal alles als Beträge. Und letzter Schritt, ich möchte noch hier die Vorspalte alphabetisch sortieren. Dazu markiere ich hier diesen Bereich. Dann kann ich hier auf Sortieren klicken. Dann habe ich hier den Schlüssel 1 für die Spalte 1. Es ist hier wichtig, dass hier alles markiert ist. Nicht, dass sich die erste Spalte nur sortiert und die Beträge werden nicht dann mitgenommen, sondern dass praktisch sich die ganze Zeile in die richtige Reihenfolge verschiebt. So, dann ist hier schon richtig markiert Zeilen. Also hier wird zeilenweise sortiert, dass der Betrag dann beim Namen bleibt. Und hier muss ich eigentlich nur noch auf OK klicken. Und jetzt habe ich hier diese Liste alphabetisch sortiert. Und hier Peter mit 3 Euro ist in die Mitte gerutscht und wäre nur nach unten.